So, guten Tag, Leute, heute Nacht von der Vorstellung von der GTA 5 Garage. Ich werde es jetzt ganz kurz auswählen, wenn ich mich mit der Mondi zieht zum Kusher anbauen werde. Ich werde noch mal kurz den Sound testen. So, ich werde es jetzt nicht mehr. Ich werde es jetzt nicht mehr. Ich werde es jetzt nicht mehr. Ich habe mir hier den Pegassi-Zentrum. Was ich an dem ganz schön finde, allein schon das Wissen lang, okay, jetzt hört mal, wenn ich einsteige. Ich kann euch zeigen, ich mache nichts, so, ich hoffe, man sieht es jetzt. Also den finde ich auch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier den Zehnjahr-Mesar. Ja, das ist ein Geländer, warum wir jetzt nicht so geil sind. Sie will ich so unten nicht zeigen. Also den und den da werde ich nicht zeigen. Ich muss den anderen schauen. Ja, das ist ein Geländer, das ist ein Geländer, das ist ein Geländer. Okay, okay, let's go to our next caller, she's really upset. Hey, I can't believe what I am hearing. Come on, you. So, dann hier möchte ich mir so zeigen, dass ich mit dem Nisch rausfahre. Ich werde ich mich kurz genauso wieder so fahren. Ich werde ich mich kurz noch machen. Deswegen ist es so schnell wieder so schön. Das ist ein Infernio. So, I want you to have two asses like a bottle of Rucha, and you make people go blind and crazy. Okay, okay, for me, come in, let's stop the night. I'm sorry, I'm sorry. I try, I try, I make progress, I pass. Let's get to our first guest. Please welcome to the Fernando Show, gubernatorial candidate, former... ...this more ill, then you should try, she's saying, I'm going to do this more ill. I like to say, it is a pleasure and some fun, and a positive one, and I should... ...yeah. That is the entire first day. She's broke. The poverty, she's terrible. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. By all being the same, that's how we will be free. Listen, women finally need to make it through the door of the state capitol. You are probably just going to spend a lot of money redecorating and looking through catalogs. Ah, Fernando, we spoke about this. We know women have a legacy as problem solvers. So, that's what it's going to be. I'm going to start the truth.